Tja, wieder herrlich Wetter. Kann ich nur sagen. Paulchen ist auch da. Ach, Paule. Mal vor, ich habe Fenster zu machen. Bei Paule weiß man das nicht so genau. Ja, kleiner Aldi-Einkauf. Ach, die Erdbeeren sehen wieder klasse aus. So, Eis. Kondensmilch. Sonnenblumenmargarine. Ich habe mal so ein Glas Bockwürste geholt. Ich werde vielleicht heute zu Mittag essen. Eens wie Bockwürste. Walnusskerne. Ein paar Flaschen kleine Wasserflaschen. Ich sage aber scheiße gesprochen. Drei Flaschen Wasser. Zwei Äpfel. Na ja, und so eine Pizzastange. Und eine Schreppe. Falls ich doch eine Bockwurst esse. Ja, das ist eigentlich alles. Ach so, das habe ich mir auch neu geholt. War gerade so im Angebot. War Paule. Kleiner Scheißerle. Und war schon wieder auf Fressen. Tja, werde ich mal alles wegräumen. Und werde ich Paule schon mal was geben. Eigentlich hatte er da auch noch was zu liegen. Paule, Paule da. Gut.